Horgen ist eine politische Gemeinde und der Hauptort des gleichnamigen Bezirks im Kanton Zürich in der Schweiz. Sie liegt am linken westlichen Ufer des Zürichsees und ist etwa 15 Kilometer von der Kantonshauptstadt Zürich entfernt. Horgen zählt zur Agglomeration Zürich. Die Einwohner nennen sich Horgener. Zu Horgen gehören der Horgenberg, die Sielbruckstation und der Sielwald. Wappen, Blasonierung in Rot, eine stehender Silberner, Goldbewährter Schwan in der Chronik von Gerold Diedlebach aus dem Jahr 1486 findet sich die älteste Darstellung des Wappens. Ein silberner Schwan auf rotem Grund. Seit der Feier 1952 verwendet die Gemeinde eine grafisch einfacher gestaltete, moderne Zeichnung des Schweins. Entworfen vom einheimischen Grafiker Josef Wieser. Geografie Horgen liegt im Südwesten des Kantons Zürich und ist mit 21,07 Quadratkilometer die größte Gemeinde im Bezirk. Die Landschaft wird bestimmt durch den Abhang des Zimmerbergs, einer Seitenmoräne, welche der Lindgletscher bei seinem Vorstoß nach der letzten Eiszeit geformt hat und dem Albishöhenzug. Das Gemeindegebiet erstreckt sich vom linken Seeufer über das Sieltal hinweg bis zum Albiskreit. Der größte Anteil von Horgen ist von Wald bedeckt und umfasst 50,0 Prozent des Gemeindegebietes. Weitere 27,8 Prozent werden landwirtschaftlich genutzt, 12,5 Prozent für Siedlungen, 7,9 Prozent für Verkehr, 1,9 Prozent sind unproduktive Fläche und 1,6 Prozent sind Gewässeranteil. Bestimmender Wasserlauf im Gemeindegebiet von Horgen ist die Siel, die am Drusberg im Kanton Schwitz entspringt. In Zürich die Limit mündet und die Gemeinde auf etwa 6 Kilometer Länge durchquert. Der Dorfbach und Bäche wie der Tannenbach, Abach, Meilibach fließen zum Zürichsee. Einige kleinere sind teilweise eingedeut. Auf dem Gemeindegebiet von Horgen liegt der Bergweier mit einer Fläche von 4,2 Hektar. Die Länge des Seeanstoßes an den Zürichsee beträgt ungefähr 4 Kilometer. Das Dorf ist das Zentrum von Horgen. In ihm finden sich auf kleinem Raum die gesamte Verwaltung von Gemeinde und Bezirk sowie die Schauplätze des kulturellen und sozialen Lebens, die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten und deren Verkehrsknotenpunkt Bahnhofsee. Die vorherrschende Architektur ist modernstädtisch. Außer einigen schönen alten Gebäuden und Gassen ist kein einheitlicher alter Kern erhalten. Ahren liegt am südlichen Zipfel des Gemeindegebietes. Das Schulhaus beherbergt zwei Primarschulklassen, einen Kindergarten sowie eine Logopädie. Etwas Bekanntheit erlangte der Ortsteil im Jahr 1804 als im Gefecht bei der Bocken die Aufständischen unter Hans Jakob Willi siegten. Der Horgenberg liegt im westlichen Teil des Gemeindegebietes auf dem Zimmer Bergrücken oberhalb der Autobahn A3. Er besteht aus den verstreut liegenden Weilern Würenbach, Moerschwand, Schlausen, Wiedenbach, Tableten und anderen. Durch die eigene Primarschule mit zwei Klassen und das vielfältig genutzte Mehrzweckgebäude hat sich der Horgenberg eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt. Der landwirtschaftlich geprägte Naherholungsraum im Horgenberg, vor allem die Gegend um den Bergweiher, wird von der Dorfbevölkerung sehr geschätzt. Hauptartikel Der Ortsteil Keffnach liegt im südöstlichen Teil des Gemeindegebietes von Horgen. Der Abach durchschneidet Keffnach und bildete im See ein kleines Delta. In der ehemals von Landwirtschaft und Weinbau geprägten Landschaft wurden einige große Wohnprojekte realisiert. Große Bedeutung erreichte Keffnach durch Abbau im Bergwerk Keffnach. Mit dem Bau der Eisenbahn Zürich Zug und der Ansiedlung einiger Industriebetriebe entwickelte sich im Oberdorf ein kleiner Ortskern. Sein Zentrum ist der Berglieplatz mit dem markanten Brunnen. Mit der Ausweitung der Industriezone im Spätz nach Westen Richtung Autobahn A3 gewann dieser Ortsteil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vermehrte Bedeutung. Der Zunahme der Bevölkerung in diesem Gebiet wurde 1972 durch den Bau des Schulhauses Berglie und des Altersheims der Gemeinde Rechnung getragen. Sielbruck Station liegt zwischen dem Zimmer Bergtunnel und dem Albestunnel der SBB. Es war bis 2006 der Endpunkt der normalspurigen Sieltalbahn. Mit dem Fahrplanwechsel 2012 wurde mit der S21 auch der letzte Zugshalt eingestellt. Es liegt drei Kilometer vom Straßenverkehrsknotenpunkt Sielbruck entfernt im Sieltal. Der stark bewaldete Zimmerberg rücken nach Westen bis zum Albiss bildet eine einzigartige Waldlandschaft. So hat in früher Zeit das ganze Gebiet von Zürich bis zum Etzel ausgesehen. Der sich zum großen Teil im Besitz der Stadt Zürich befindende Sielwald und die angrenzenden Wälder bilden das größte zusammenhängende Waldgebiet. Im Schweizer Mittelland, im Sieltal beim Weiler Sielwald und dem Bahnhof der Sieltalbahn gelegen liegen das Forsthaus und das ehemalige Naturzentrum Sielwald. Der heutige Wildnispark Zürich Im ehemaligen Prima Schulhaus war bis 2011 die Kasekundenprojekt Waldschule Sielwald beheimatet. Der nördlichste Ortsteil Horgens grenzt an Oberrieden, wobei das Bächlein Tannenbach die Grenze bildet. Der Name Tannenbach ist eine Verbeihornung von Tosenderbach. Das Bächlein verursachte im Frühjahr oftmals Überschwemmungen bei den anliegenden Grundstücken. Das Quartier war bis vor etwa 100 Jahren vom Rehbau geprägt. Der einzige Industriebetrieb war die bis 2006 betriebene Papierfabrik direkt am See. Neben der Papierfabrik liegt die Kläranlage von Horgan. Im Tannenbach befindet sich das Spitalzimmer Berg. Seit 2006 ist hier eine Altersresidenz Tertianum direkt neben dem Spital in Betrieb. Das Pflegeheim Amalia Wittmer ist eine Stiftung der reichen, ledigen Bauerntochter Amalia Wittmer, welche auf diese Weise für das Fortbestehen ihres Namens sorgen wollte. Das Land für das Prima-Schulhaus Tannenbach wurde ebenso von Fräulein Wittmer gestiftet. Neuerdings steht eine Kirche im Quartier. Die Neuapostolische Gemeinde errichtete sie neben den denkmalgeschützten Häusern beim Ortseingang. Sust von 1558, Hotel und Taverne Schwan, 1462 als Gesellenhaus erbaut. Eingang Bergwerk Keffnach, Zementfabrik mit zwei Hilfen der Firma Ritter staatlichen Bergwerksverwaltung von 1880. Vom Schiff Steg Richtung Sust, seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand anstelle des ehemaligen Bauernhofes Waldeck ein Neubauquartier mit Einkaufszentrum, Schul- und Sportanlagen. Bekannt ist das Quartier für seinen hohen Ausländeranteil und die Kirichtverbrennungsanlage. Seit der Verselbstständigung der Außenwachten Hürzel und Oberrieden am 13. Mai 1773 sind diese zusammen mit Wedenswil, Langnau am Albis, Hausen am Albis und Tal will die Nachbargemeinden. Mit der Gemeinde Hürzel sind Fusionsbestrebungen im Gange. Eine entsprechende Abstimmung in den beiden Gemeinden ist für 2016 geplant. Der genau Termin des geplanten Zusammenschlusses ist noch nicht bekannt. Gemeinschaftliche Aufgaben sind in den regionalen Zweckverbänden geregelt. Die wichtigsten sind Kehrichtverwertung, Abwasserentsorgung, Seewasseraufbereitung und Spitalzimmerberg. Bevölkerung Offiziell leben in Hürgen 20.033 Einwohner. 27,3% der in Hürgen gemeldeten Einwohner, das sind 5.029 Personen, besitzen keinen Schweizer Pass. Im selben Jahr waren 15,3% der Einwohner jünger als 14 Jahre und 4,9% der Einwohner zwischen 15 und 19 Jahre alt. Zwischen 20 und 64 Jahre alt waren rund 62,5% und älter als 64 Jahre waren 17,3% der Einwohner. In Hürgen hat sich die einheimische Bevölkerung seit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert mit vielen Zuwanderern vermischt. Die Zuwanderer fanden zuerst in der Textil- und Maschinenindustrie, später im Dienstleistungssektor Arbeit. Bedingt durch die internationale Ausrichtung der Arbeitgeber findet sich in Hürgen eine vielsprachige multikulturelle Gesellschaft. Die Amts- und Verkehrssprache Deutsch, welche im alltäglichen Umgang überwiegend als Zürich Deutsch gesprochen wird, benutzen 80% der Einwohner als Hauptsprache. Gefolgt von Italienisch mit 6%, rund 14% bilden die restlichen Sprachminoritäten. Am 31. Dezember 2011 gehörten 31,2% der Bevölkerung zur evangelisch reformierten Kirche und 30,9% zur römisch-katholischen Kirche. Die reformierte Kirche Hürgen aus dem Jahr 1782 findet sich im Ortszentrum. Die katholische Kirche Sankt Josef wurde 1933 bis 1934 von Anton Higgy auf einem Plateau oberhalb des Ortskerns erbaut. In Hürgen sind auch vertreten, die evangelisch-methodistische Kirche, die zur schweizerischen Pfingstmission SPM zugehörige evangelische Christengemeinde Hürgen, die Missione Katholica Italiana Italienische Mission der katholischen Kirche und die Neuapostolische Kirche. Im Oktober 2007 waren laut dem Statistischen Amt 268 Personen in Hürgen als arbeitslos gemeldet. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von 2,7%. Der Frauenanteil in der Bevölkerung betrug im Jahre 2007 51,0%. Politik In Hürgen herrscht die schweizerische Basisdemokratie in Form einer allen Stimmen berechtigten offenstehenden Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat lädt zur Gemeindeversammlung im Schinzenhof ein. Geschäfte, welche die Kompetenzen der Gemeindeversammlung übersteigen, werden durch Urnenabstimmungen entschieden. Die Mitglieder des Gemeinderats stehen einem Amt vor. Die neuen Gemeinderäte und der Gemeindepräsident werden an der Urne gewählt. Im Jahr 2010 hat Theo Leuthold von der dieses Amt inne. Der Gemeinderat ist für den Vollzug seiner Aufgaben und für die Geschäfte der Gemeindeversammlung und der Urnenabstimmung verantwortlich. Der Gemeindeschreiber ist um die Vorbereitung und Koordination der Ratsgeschäfte besorgt und unterstützt den Gemeinderat in rechtlichen und strategischen Fragen. Über dies leitet er die Gemeindeverwaltung und bildet die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Gemeinderat. Wirtschaft Landwirtschaft Hagen war bis zum Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert landwirtschaftlich geprägt, wobei Weinbau und Milchwirtschaft vorherrschten. Der Weinbau wurde infolge der ab 1850 aufgekommenen Schädlinge und der nicht begünstigten Lage im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts vollkommen aufgegeben. Heute sind noch 30 davon 25 hauptberuflich geführte Landwirtschaftsbetriebe ansässig. Die rund 101 Beschäftigten bearbeiten 500 ha Land. Die größten Gebiete liegen westlich der Autobahn A3 und im südlichen Gemeindegebiet der Riedwies. Hauptartikel Das Bergwerk Käffnach ist ein ehemaliges Braunkohle- und Mergelbergwerk in Hagen im Kanton Zürich in der Schweiz. Mit einer gesamten Stollenlänge von 80 Kilometer ist es das größte seiner Art in der Schweiz. Die Industrialisierung hat Hagen seit Mitte des 19. Jahrhunderts stark geprägt. Zu Beginn war die aufkommende Seidenindustrie dominierend, später die Maschinenindustrie. Viele dieser großen Betriebe sind seit ihren Anfängen international tätig und exportieren einen Großteil ihrer Produktion. Die intensiven Beziehungen der Industrie des Bezirkes Hagen zu Nordamerika führten dazu, dass in Hagen von 1978 bis 1895 ein amerikanisches Konsulat bestand. Im Laufe des 20. Jahrhunderts verschob sich das wirtschaftliche Schwergewicht immer mehr hin zu Dienstleistungsbetrieben. Banken, Vermögens- und Liegenschaftsverwaltungen, Versicherungen, Forschungsanstalten, Verarbeitungs- und Schulungszentren von Banken und Kreditkartengesellschaften sind wichtige Arbeitgeber. Daneben sind die Bezirksbehörden, das Bezirksgericht mit angegliederter Strafanstalt in Hagen ansässig. 1875 wurde die sogenannte linksufrige Zürich-Seebahn, linksufrige Seebahn genannt, von der Schweizerischen Nordostbahn eröffnete. Die Eisenbahnstrecke führte zwischen Zürich Hauptbahnhof zu der Ortschaft Ziegelbrücke respektive Nefels. Mit der Verstaatlichung der NOB wurde die Seebahn 1901 Bestandteil der neu gegründeten Schweizerischen Bundesbahnen. Heute wird der Bahnhof Horgensee von zwei Linien der S-Bahn Zürich bedient, S2 Zürich Flughafen, Zürich HB, Pfeffikon SZ, Ziegelbrücke, S8 Winterthur, Wallisellen, Zürich HB, Talwill, Pfeffikon SZ. Der Bahnhof Horgenoberdorf an der Bahnstrecke Talwill-Artgoldau wird von der S24 Schaffhausen, Winterthur, Zürich Flughafen, Zürich HB, Talwill, Horgenoberdorf Zug bedient. Im November 2010 erhielt der Bahnhof Horgensee den Preis FLUX Goldener Verkehrsknoten. Die Station Sielwald wird von der Sieltalbahn S4 Zürich HB, Adlisville, Langnaugatikon angefahren. Sielbruck Station ist von Sielwald her nicht erreichbar. Der Halt der S-Bahn Zürich in Sielbruck wurde zum Fahrplanwechsel 2012-2013 eingestellt, da die Strecke keinen Zeitrahmen für den Halt bietet und die Fahrgastzahlen zu gering waren. Die Linien der Zimmerbergbusse verkehren innerhalb der Gemeinde und teilweise regional. Am 24. September 2006 wurde an der Urne ein Kredit von 23 Millionen Franken für die Neugestaltung des Bahnhofer Reals bewilligt. Am 5. März 2007 erfolgte der Spatenstich zur Realisierung des Projektes. Die Neugestaltung des Bahnhofer Reals ist 2009 abgeschlossen worden. Durch Horgensee verkehrt die wichtige Hauptstraße 3 von Zürich nach Pfeffikon SZ. Westlich von Horgensee führt die Autobahn A3 von Basel über Zürich nach Sargans vorbei. Der neu erstellte Uttli-Bergtunnel verbindet seit 4. Mai 2009 Horgensee durchgehend via den Westring Zürich mit Basel. Der Anschluss Horgens liegt im südlichen Teil von Horgens und gewährleistet die Verbindung zum lokalen Straßennetz. Schifffahrt Hauptartikel Die Zürich-See-Fähre Horgen-Meilen AG ist eine Schweizer Aktiengesellschaft und betreibt seit 1932 den Fährbetrieb auf dem Zürichsee zwischen Horgen und Meilen. Die fünf Fährschiffe befördern im Jahr etwa 2,3 Millionen Personen, 1,3 Millionen Personenwagen und rund 100.000 Lastwagen. Hauptartikel Die Zürich-See-Schifffahrtsgesellschaft betreibt die Personenschifffahrt auf dem Zürichsee. Die Schiffsflotte transportiert jährlich etwa 1,8 Millionen Passagiere. Geschichte Die Ur- und Frühgeschichte von Horgen ist bislang noch nicht intensiv untersucht worden. Im Käffnacher Kohleflöz sind Versteinerungen von Fahnen und Mastodon erhalten geblieben. Die frühsten Siedlungen im Gemeindegebiet sind die Seeufer-Siedlungen der Pfahlbauer. Die ältesten jungneolithischen Siedlungsreste wurden beim heutigen Schiffssteg gefunden und der Pfünner Kultur zugeordnet. Sie entstanden 3.900 bis 3.500 v. C.H.R. Die Menschen der nach ihrem Fundort benannten Horgner Kultur hatten ihren Siedlungsplatz im Scheller nahe der Grenze zu Oberrieden. Bei den Grabungen 1987 bis 1990 wurde dendrochronologisch die Entstehung der sieben getrennten Kulturschichten im Scheller in die Jahre 3.100 bis 3.000 v. C.H.R. Datiert Die Horgner-Siedlungen standen in Verbindung mit zeitgenössischen Siedlungen an anderen Schweizer Seen. Aus dem 2. Jahrhundert stammen die beiden keltischen Frauengräber im Talacker. Für die Zeit der Völkerwanderung im 7. Jahrhundert sind alamannische Gräber bei der Kapelle an der Stockerstraße im Entweder- und im Betbo belegt. In der Urkunde durch die König Otto I. am 1. März 952 umfangreiche Ländereien in der Gegend von Horgen dem Kloster Frau Münster in Zürich schenkte, wurde Horgen als Horgau zum ersten Mal erwähnt. Horgen erlebte seit dem späten Mittelalter als wahren Umschlagplatz einen Aufschwung. Um 1437 wurde Horgen Oberfugthei, als es die Zürcher Regierung es mit der Fugthei teilwill und nach der Reformation mit dem Hofrufers in Adliswil vereinigte. Das Gebiet der Oberfugthei reichte von Wolleshofen bis zur Grenze zu Wedenswil, im alten Zürichkrieg. Während der Zürcher Reformation durch Ulrich Zwingli und der Gegenreformation war das Gebiet der Gemeinde Horgen ein Vorposten gegen die katholische, Innerschweiz. Religiöse Auseinandersetzungen gab es ab 1585 zwischen der Herrschaft in der Stadt und der Täufergemeinde im Horgenberg. Im Zug dieser Ereignisse wurde Hans Lendes am 30. September 1614 in Zürich enthauptet, die napoleonischen Wirren, die Helvetik 1798 zu 1803 und die Auseinandersetzungen um die Mediationsverfassung 1803 gipfelten 1804 im Bockenkrieg. In der Helvetik und Mediation blieb Horgen-Distrikthauptort. Die Regenerations-Verfassung von 1831 legte die Grundlage zum heutigen Bezirk Horgen. Der Bau der linkzufrigen Zürichseebahn zwischen Zürich und Nefels war von einigen Schwierigkeiten begleitet. Die Strecke führte über Großer im See auf geschüttete Uferzonen. Am 9. Februar 1875 rutschte ein 135 Meter langes Stück der im Bau befindlichen Strecke in den See. Die Trasse wurde etwas verlegt, trotzdem versank am 20. September, zwei Tage nach der Eröffnung der Bahnstrecke, nochmals ein 204 Meter langes Teilstück im Wasser, mehr als 6500 Quadratmeter. Der Bahnhof senkte sich um einen halben Meter und musste abgerissen werden. In der Folge wurde weiter landeinwärts eine neue Trasse angelegt. Kunstkultur, kulturelle Anlässe wie Konzerte, Kunstausstellungen, Vorträge oder die Fassnacht, welche von den Schöneklären hochgehalten wird, haben in Horgen Tradition. Die Schule in Horgen besteht aus den Stufen Hortkindergarten, Primarschule und Oberstufenschule in Form einer dreigeteilten Sekundarschule. Pläne zur Errichtung einer Kantonsschule wurden aus Kostengründen bisher nicht umgesetzt. Die Teilautonom-Schuleinheiten von Kindergarten und Primarschule sind den Bedürfnissen entsprechend auf die Ortsteile und Quartiere verteilt. Die Oberstufenschule ist im Oberstufenzentrum Berghalden-Rheinweg zusammengefasst. Die Primarschuleneinheiten sind an Baumgärtli, Bergli, Horgenberg, Rotweg, Tannenbach und Waldeck. Seit 2001 befindet sich in Horgen ein Teil des Bildungszentrums Zürichsee, welches aus dem Zusammenschluss der kaufmännischen Berufsschulen Horgen und Stefa und der gewerblich-industriellen Berufsschule Horgen entstanden ist. In Horgen gibt erst drei Badeanlagen. Im Sommer sind die Seebäder Sportbad Keffnach und das Parkbad Seerose geöffnet. Das ganze Jahr mit Ausnahmen einer Revisionsperiode in den Sommerferien kann das Hallenbad Bergli genutzt werden. Siehe auch, der 1982 gegründete Bergwerksverein Keffnach hat einen Teil der Stollenanlagen des ehemaligen Braunkohlebergwerks als Besucherböckwerk erschlossen und im Kohlemagazin ein Bergwerksmuseum untergebracht. Sust beim Ortsmuseum Sust wurden die per Ledi-Schiff von Zürich kommenden Ware auf Saumtiere umgeladen. Die älteste Sust- und Säumerordnung datiert von 1452. 1528 richtete die Stadt Zürich mit der Erneuerung der Sustordnung eine Zollstätte ein. 1558 wurde das Lager- und Verwaltungsgebäude erbaut. Seit 1957 ist hier das damals gegründete Ortsmuseum untergebracht. Der Saumpfad führte von 1230 bis 1830 von der Sust über die Hirzelhüi zum Gotthardpass nach Italien und wurde dann von der Zugastraße über den Hirzel 1846 und der Eisenbahn 1875 abgelöst. Hauptartikel Die reformierte Kirche Horgen erbaut von Johann Jakob Haltiner ist eine evangelisch reformierte Kirche im Zentrum von Horgen. Das heutige Bauwerk wurde 1782 eingeweiht. Am selben Standort sind seit dem 13. Jahrhundert Vorgänger bauten nachweisbar. Fabrikantenwillen in prominenter Lage am See steht die Villa Serose, welche der seidenindustrielle Jacques Huber Kutlich 1902 zu 1908 erbauen ließ. Der Park und ein Teil des denkmalgeschützten Schmiedeeisernen Zauns wurden zum 100-Jahr-Jubiläum dieses Gesamtkunstwerkes des Jugendstils restauriert. Die Villa Serose beherbergt heute die Räume der Musikschule Horgen. Es finden dort Konzerte und Wechselausstellungen statt. Die klassizistische Villa Streuli-Hüni im Herner, die Villa Teilhof, die Villa Stünzi mit Park, die Villa Seewart, die Villa Stäubli, sowie das Borgengut sind nicht öffentlich zugänglich. Sonstiges Im Bezirkshauptort liegen die Standorte vieler Institutionen von regionaler und kommunaler Bedeutung. Neben der Bezirksverwaltung, dem Posten der Kantonspolizei und dem Bezirksgefängnis das Bezirksgericht, die Stützpunktfeuerwehr und der Rettungsdienst des linken Zürich-Seeufers. Weitere sind Seespital, das sich per 2011 mit der Sanitas in Kirchberg zusammenschloss. Humanitas Stiftung zur Förderung geistig Behinderter. Altersheim der Gemeinde Horgen, Gemeindebibliothek, Fernwärmeversorgung, Wasserversorgung, Abwasserreinigungsanlage. In der 1466 gegründeten Alment-Korporation Reiti haben sich auf einzigartige Weise die spätmittelalterlichen Besitzverhältnisse in der Alment bewahrt und sind nicht wie an anderen Orten an die politische Gemeinde übergegangen. Die Alment-Korporation betreibt eine konservative Liegenschaftenpolitik und ist die größte private Liegenschaftsbesitzerin in der Gemeinde. Die Alment-Korporation Reiti gibt Land zur Bebauung nur im Baurecht frei. Dies hat im Konflikt mit öffentlichen Interessen bereits mehrmals gerichtlichen Auseinandersetzungen nach sich gezogen. So im Jahr 1973 zum Zwecke des Neubaus eines Schulgebäudes oder in der Folge von Änderungen in der kommunalen Planung. Vereine angefangen von der 1685 gegründeten Schützengesellschaft über die Gesangsvereine und den dramatischen Verein bis zu den vielen ethnischen Bevölkerungsgruppen, die sich organisiert haben, sind in Hagen über 160 Vereine zu finden. Die Sportvereine finden in Hagen gute Trainingsmöglichkeiten. Neben den diversen Turnhallen sind das die Tennis- und Fußballplätze auf der Alment und in der Waldeck, das Schwimmbad Bergli, die Badeanstalt Seerose, der Schießplatz, die Reitstelle und einige andere Anlagen. Die Schönekler, 1934 als Sportverein gegründet, sind eine Fastnachtsgesellschaft mit großer Tradition und Engagement in der Gemeinde. Ins Leben gerufen wurde der Verein im noch heutigen Stammlokal, dem Restaurant Schönek. Veranstaltungen wie die Schnitzelbank und die Maskenbälle genießen einen hohen Bekanntheitsgrad und die Fastnachtszeitung Gehörscht gehört zur Pflichtlektüre eines jeden Hageners. Frack und Zylinder sowie karierte Hosen sind seit der Gründung das unübersehbare Erscheinungsbild des Vereins. Der Schwimmclub Hagen, 30-facher Schweizer Meister im Wasserball, spielt im 22 zu 24 Grad Celsius warmen Wasser des Sportbads Kevnach, das bereits ab 1. Mai für jedermann geöffnet wird. Eine Eigenheit ist das Schwimmbecken, in welchem die Spiele stattfinden. Ein im See verankerter Schwimmkörper aus Beton. Persönlichkeiten Willi Albrecht, Lithograph und Kunstmaler Elisabeth Feller, Unternehmerin und Kunstmäzenin Hans Hofmann, Altständerat Heut van Heutema, niederländischer Kameramann Fortschnitt Huber, Unternehmer und Schriftsteller Jacques Huber-Kudlich, Seidenindustrieller in New York und Hagen Heinrich Hüney-Negeli, Gründer des Hagener Lehrinstituts Hüney, Regierungsrat Heinrich Hüney-Städtler, Seidenfabrikant, Nationalrat Steve Lee, Musiker und Liedsänger der Band Gotthard Hans Eduard Mayer, Typograf Johann Jakob Schäppi, Nationalrat Reto Schäppi, Eishockeyspieler Andi Schmidt, Handballspieler Gerold Schwarzenbach, Chemiker Ernst Sieber, Pfarrer, arbeitet mit Obdachlosen und Drogensüchtigen Vreni Schberi, Altstände-Rätin Emil Steiger, Professor der Germanistik an der Universität Zürich Johann Stapfer, Pionier der Seidenfabrikation, Präsident des Bezirksgerichts Emil Streuli-Hüney, Seidenfabrikant, Gemeindepräsident Hans Stünzi-Stünzi, Seidenfabrikant, Gemeindepräsident Luigi Taveri, Dreifacher Motorrad-Weltmeister Dojitz Ava, Fußballspieler Johann Jakob Widmer-Hüney, Seidenfabrikant, Nationalrat Geist Sieg Sieg